Aktienfokus mit Free Stocks und Fit for Finanzen. Der Roland Jägen wird gleich aus einem ganz besonderen Studio dazukommen. Mein Name ist Andreas Bernstein und nach dem Intro reden wir über den ersten Wert an der Wall Street. Also das höchste Marktgewicht wird heute porträtiert. Man darf schon mal raten. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag zusammen. Ja, ganz virtuell und ich glaube zu erkennen, es geht um Apple. Es geht in der Tat um Apple. Wir sind im Apple-Universum, den ein oder anderen Button. Im Hintergrund kennt sicherlich jeder vom iPhone, vom iPad oder woher auch immer entsprechend von den Wearables. Und ja, wir sprechen nach der Apple Keynote, die am gestrigen Abend stattgefunden hat, über die neuen Innovationen entsprechend, die man zu vermelden hat. Und wir schauen natürlich auch nochmal auf die Fundamentaldaten und geben einen charttechnischen Ausblick. Du meinst also, mit dem Gerät kann ich nicht mehr alles machen so richtig? In der Tat nicht mehr. Ich glaube, selbst ich kann mit meinem Gerät nicht mehr alles machen. Da bin ich jetzt auch schon wieder ein paar Generationen hinterher. Also ich kaufe mir auch nicht jedes Jahr das neue Modell. Ich glaube, ich bin hier noch beim iPhone 12, müsste das sein. Mal schauen, ob die neuen Innovationen vielleicht mich auch dazu bewegen, dann auf das neuste Modell umzusteigen. Ja, ich denke auch. Also um das aufzuklären, es funktioniert nicht mehr leider, ist kaputt gegangen. Aber so nostalgiemäßig bin ich auch ein Technikfreund, der ältere Modelle aufhebt und der tatsächlich dann irgendwann, wenn er in der schönen KI-Welt nicht mehr zurechtkommt, weil er zu alt ist, ja, dann vielleicht wieder umswitcht auf so einen Knochen. Aber wir schauen uns das mal anhand der Präsentation an. Apple ist natürlich für viele ein Begriff, weil irgendein Gerät im Umkreis verwendet wird, wenn man es nicht selber nutzt, ob das jetzt das iPhone ist oder der Mac oder das iPad, Apple Watch. Da gibt es ganz, ganz viele Geräte, ein technischer Begleiter für ganz viele Millionen Menschen und das rund um den Klobus. Also es ist nicht ein US-Phänomen. Nein, auf keinen Fall. Also eigentlich ein weltweites Phänomen. Wir sehen sehr, sehr starke Wachstumszahlen, eigentlich über alle Regionen der Welt über die letzten Jahre. Hier mal exemplarisch die letzten fünf Jahre aufgelistet und da sieht man eigentlich weltweit entsprechende Steigerungsraten. Es gibt einige Märkte, da kommen wir später noch zu sprechen, wo man etwas Schwierigkeiten hatte, insbesondere in China im letzten Jahr. Und aber ansonsten sieht es insgesamt sehr, sehr gut aus. Ja, und das Unternehmen hat ja tatsächlich auch ganz viele Sachen erfunden, muss man ganz offen so sagen. Also rückwärts aufgerollt den App Store, der ja auch nach der App benannt ist. Früher iTunes Store, das iPhone haben wir hier schon besprochen. Das ist auch das erste Smartphone gewesen. Also Smart heißt, dass nicht Telefonieren im Vordergrund steht, sondern mittlerweile, und da gibt es ganz viele Nutzerdaten, Statistiken, ist Telefonieren nur noch ein ganz, ganz kleiner Anteil. Weil da wird alles andere damit gemacht, unter anderem Fotografie, aber auch erstmal als tragbares Musik-Gadget seit 2001 als iPod bekannt geworden. Ja, und dann 2014, etwas später, kamen dann entsprechend die iPads auf den Markt und dann die Wearables ab dem Jahr 2014 entsprechend. Also man hat sein Produktportfolio immer weiter ausgeweitet entsprechend und natürlich insbesondere auch die Möglichkeiten im App Store oder im iTunes Store, wo man immer mehr Programme, Apps herunterladen kann, aber natürlich auch mittlerweile Musik erwerben kann. Auch da ist man ein wichtiger Streaming-Dienst geworden, sowohl für Musik als auch entsprechend für Filme und Serien entsprechend. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Baustein letztendlich für den weiteren Erfolg oder auch das weitere Wachstum, dass man diese Services, die man anbietet, rumt um die Hardware, immer weiter ausbaut entsprechend. Und ja, auch zum Beispiel das Cloud-Modell entsprechend, das man anbietet, das fast ja auch jeder Apple-Nutzer nutzt entsprechend, um seine Fotos, seine Videos oder sonstige Daten einfach digital in der Cloud zu verwalten. Um das alles nutzen zu können, braucht man eine sogenannte Apple-ID und es gibt über eine Milliarde Menschen, die eine Apple-ID besitzen. Also so viele potenzielle Kunden für neue Geräte hat man und jetzt ging es tatsächlich, wie du eingangs schon sagtest, daran, mehrfach im Jahr gibt es diese Produktpräsentationen, auch die neuen Geräte wieder vorzustellen. Das ist ein Mega-Event, da konnte man auch ins Apple-Theatre als Person quasi hineingehen und den Worten von Tim Cook lauschen. Gestern wurde das auch medial groß aufbreitend übertragen und tatsächlich in Spielfilmlänge, ich habe es mir angeschaut. Ich habe es mir nicht angeschaut, aber ich habe Ausschnitte auch gesehen und natürlich einige Fotos hier und einige Artikel dazu gelesen entsprechend. Also es wurden wieder einige neue Produkte präsentiert, allen voran sicherlich die neue iPhone-Serie, die neuen iPhones 16 entsprechend, die es sowohl als Standardvariante als auch als Pro-Variante wieder geben soll entsprechend. Die kommen in Kürze auf den Markt und da können wir auch mal ein, zwei Highlights vielleicht hier ansprechen. Es wird einen neuen Action-Button geben entsprechend, die bekommt sowohl das iPhone 16 als auch das Pro entsprechend, womit man dann verschiedene Sachen steuern kann entsprechend. Es gibt eine neue Kamerataste entsprechend, mit der man dann sowohl zoomen kann als auch direkt die Kamera auslösen kann oder starten kann. Der neue Chip entsprechend, A18-Chip, der war bisher den Pro-Modellen vorbehalten und der macht letztendlich die Modelle dann auch reif für die KI-Funktionen. 40% schnellere GPUs, 30% schnellere CPUs und das bekommen jetzt auch schon die Standardgeräte entsprechend. Und dann gibt es natürlich einige KI-Funktionen und darauf haben natürlich viele gewartet, dass einfach großflächig dieses Apple Intelligence, so nennt man das Ganze, in die iPhones jetzt integriert werden soll. Und da gibt es die unterschiedlichsten Dinge, wie man es nutzen kann. Man kann eigene Emojis kreieren, man kann direkt suchen quasi in Videos, in Fotos entsprechend auf Basis eines Textes und man bekommt direkt das Richtige angezeigt. Man kann auch Siri soll aufbereitet werden, der Sprachassistent und wird dann auch wesentlich intelligenter werden. Ja, jetzt hast du das tatsächlich ganz klassisch wie ein Mann heruntergesprochen, was es an Neuerungen gab. Eine ganze Menge, es gibt sicherlich noch ein paar mehr. Meine Frau saß übrigens gestern neben mir auf der Couch, hat auch ab und zu mal zugeschaut und sagte, und das möchte ich jetzt ergänzen bei deinem Vortrag, es gibt neue Farben. Ja, das darf man nicht vernachlässigen. Da liegt vielleicht Frau noch etwas mehr Wert drauf als wir. Entsprechend, ja, ich glaube, es gibt auch wieder das Rosé-Gold dann entsprechend bei den Variables, bei der Apple Watch. Ich glaube, da haben wirklich viele Frauen drauf gewartet, weil man das in der letzten Serie nicht mit drin hatte entsprechend. Also auch auf diesem Segment hat man einiges geboten. Stimmt, das sollte nicht untergehen. Das war nämlich die Hauptdiskussion gestern Abend. Welche Farben gibt es denn eigentlich? Aber sie schmiegt sich noch besser an. Also ich sage noch ein paar entsprechende Produktdetails zur Apple Watch. Das ist schon die zehnte Series 10. Die ist noch flacher. Das Bildschirm, der Bildschirm ist abgerundet über die Kanten, sodass man auch mit 40 Prozent Neigung quasi, wenn man so zur Seite schaut, kann man noch erkennen im Bewerbungsgespräch beispielsweise, wie lange läuft denn das ganze Gespräch schon? Ja, und man muss nicht so auffällig auf die Uhr schauen zum Beispiel und das Armband schmiegt sich dann noch besser an. Und es gibt endlich jetzt den Lautsprecher nicht nur dafür, dass man mal kurz ein Signal bekommt, wenn ein neuer Anruf reinkommt, sondern man kann tatsächlich auch Musik drüber hören. Das habe ich ja immer vermisst. Ja, das ist in der Tat sehr, sehr positiv. Und dann gab es auch noch Neuerungen, was die AirPods entsprechend betrifft. Und ja, die haben sich natürlich durch die Geräuschunterdrückung hervorgehoben, auch zu anderen Modellen. Aber die sollen zukünftig auch als Hörgerät eingesetzt werden können. Und das könnte in der Tat auch eine große Innovation sein. Entsprechend nach Freigabe durch die Regulierungsbehörden soll die Funktion dann durchaus schon bis Ende des Jahres auch zur Verfügung stehen und auch in Deutschland eingeführt werden. Und ja, das kann durchaus auch den Hörgerätemarkt aufmischen, weil Hörgeräte kosten doch auch schnell mal 1000 Euro oder auch mehr entsprechend. Und wenn man da einen AirPod, was es ja durchaus schon für knapp 300 Euro gibt, für die gleiche Funktion nutzen kann, ist das vielleicht auch eine ordentliche Hilfe für viele, die ein Hörgerät einfach benötigen. Jetzt überrasche ich dich positiv ab 149 schon. Genau, die günstigeren, das war die Pro-Variante für 279, glaube ich. Und die anderen, die gibt es schon wesentlich günstiger. Stimmt, stimmt. Also da gibt es Abstufungen. Übrigens auch bei den Produkten in den Preisen. Das höchstpreisigste Modell ist ja von den ganzen tragbaren Modellen, zumindest die Datenbrille. Dazu hat man gar nichts Neues gehört. Da gab es in der Tat keine News dazu. Da wartet man vielleicht auf die nächste Keynote entsprechend. Das war ja so eine kleine Enttäuschung durchaus auch in den letzten Monaten. Da hatten einige sich mehr erhofft entsprechend von der Apple Vision Pro. Aber dazu hat sich Tim Cook in der Tat nicht geäußert. Ja, apropos Enttäuschung. Die Umsatzzahlen von den iPhones, die sind auch immer wieder enttäuschend gewesen. Wir schauen erst mal auf den Gesamtumsatz. Da sticht in jedem Jahr ein Balken rasant hervor. Und das ist das Weihnachtsgeschäft. Das läuft jetzt an. Man kann auch die neuen Modelle jetzt vorbestellen. Ausgeliefert wird ab dem 20. September. Also das Thema Vorfreude. Das wird bei Apple auch zelebriert. Und ich bin gespannt, wie lange die Lieferfristen sind. Das haben wir uns in den letzten Jahren ja auch immer ausführlich angeschaut. Insgesamt also so ein leichter Umsatzknick in Richtung Weihnachten könnte aber das Gesamtjahr doch noch eine Überraschung dann bieten. Ja, könnte durchaus gut sein für das letzte Quartal, das dann entsprechend ansteht. Und das Weihnachtsgeschäft. Wenn jetzt einfach viele zugreifen, die neuen Modelle nutzen möchten und die neuen KI-Funktionen. In Europa und insbesondere in Deutschland ist man aber vielleicht etwas enttäuscht, weil diese neuen KI-Assistenten entsprechen. Die meisten neuen KI-Funktionen werden erst mal die Nutzer in der EU nicht erleben entsprechend. Der Konzern, der hält sich einfach unter Verweis auf die rechtlichen Unsicherheiten durch das neue Digitalgesetz, DMA heißt das ja, dieser Digital Markets Act entsprechend der EU, sorgt einfach dazu, dass es eine große Unsicherheit gibt. Und da möchte man sich jetzt noch etwas zurückhalten und insbesondere verlangt man Zusicherungen der EU, dass man diese fortgeschrittenen KI-Funktionen dann auch exklusiv anbieten darf. Und von daher ja erstmal eine kleine Enttäuschung hier in der EU, dass wir zumindest in den nächsten Monaten vermutlich noch nicht diese vollumfänglichen neuen KI-Funktionen nutzen werden. Und da ist die EU wirklich auf Zack, denn gestern wurde das so veröffentlicht und heute kommt gleich die Retourkutsche der EU, nämlich eine Strafe. Der Europäische Gerichtshof, also der Obersegerichtshof, hat beim Thema Steuernachzahlung ein Urteil gesprochen. Apple muss jetzt 13 Milliarden an Steuern nachzahlen. Da hätten sie sich eher überlegen müssen mit der KI. Ja, in der Tat. Nicht allzu eine hohe Summe für eine Apple entsprechend, aber natürlich vielleicht durchaus auch als Retourkutsche hier zu verstehen. Da muss man schauen, wie sich dann Apple hier auch mit den Regulierungsbehörden, insbesondere in der EU, einigen wird, damit sie einfach auch diese Funktionen, auf die natürlich auch die Nutzer hier in der EU warten, dann hier letztendlich auch anbieten können. Genau. Ja, das wird sich dann in den aktuellen Quartalszahlen niederschlagen. Die zum zweiten Quartal, die gab es schon und zwar vor wenigen Wochen. Die wollen wir heute auch noch einmal hier ins Bild erreichen. Der Umsatz ist gestiegen zum Vorjahresquartal und lag über den Erwartungen. Der Gewinn übrigens auch bloß in China. Da gibt es weiterhin Probleme. Genau, der Schienumsatz hat geschwächelt entsprechend im letzten Jahr und das erscheint sich durchaus hier auch fortsetzen zu können. Entsprechend die Konkurrenz ist groß in China. Insbesondere andere Mitbewerber haben in dem Markt China da hinzugewonnen. Samsung ist hier zu nennen, aber auch eine UI entsprechend, die hier als eine große Konkurrenz darstellt. Und ja, die Konkurrenz schläft natürlich auch nicht beim Thema KI. Sowohl Samsung als auch Alphabet, die ja sowohl Android als auch dann dieses Pixel-Smartphone herstellen, setzen wirklich ganz klar auch auf KI und bieten da auch schon einiges hier als Konkurrenzprodukte. Und ja, gerade die UI und Samsung-Produkte kommen in China sehr, sehr gut an. Ja, und die sind jetzt auch zum Ende des zweiten Quartales von der Nutzung her über den Apple-Produkten gelegen. Also Apple ist dort nur noch auf Platz 6 und ziemlich derb abgerutscht. Ja, da ist man in der Tat sehr stark abgerutscht. Da gibt es noch einige Anbieter, die man hier gar nicht so auf dem Schirm hat. Entsprechend die Vivo, die OPPO oder die Honor. Xiaomi kennt man natürlich hier entsprechend auch in Europa. Aber da gibt es sehr, sehr große Konkurrenz. Entsprechend ist man in der Tat sehr stark zurückgekommen. Man war ja auch mal auf den Plätzen 1 und 2 eigentlich über einen langen Zeitraum. Und jetzt ist man nur noch auf Platz 6. Ja, schade. Trotzdem zurück auf die Gesamtbilanz gebrochen. Ist das nur einer der Umsatzbringer China, wenn das schwächelt und wird vielleicht aufgefangen durch den Dienstleistungssektor, den du schon angesprochen hast. Auch dazu die aktuellen Zahlen. Da sind die Dienstleistungsumsätze bei 24,21 Milliarden. Damit alleine könnte man ja nach einem Quartal auch die EU-Strafe schon locker bezahlen. Ja, ganz genau. Also die werden immer wichtiger, die Service-Dienstleistungen hier entsprechend. Und da hat man ordentliche Wachstumsraten zu vermelden gehabt zu den letzten Quartalszahlen. Und auch der Ausblick in diesem Segment sieht sehr, sehr positiv aus. Ja, und damit hat man auch für die nächsten Jahre grünes Licht für Wachstum gelegt. Die Margen, die ziehen sogar noch an. Die sind schon ziemlich hoch für Konsumgüter. Aber die bleiben hoch. Die Preise haben wir veröffentlicht bekommen von den neuen Produkten. Die sind nicht maßgeblich billiger. Also da wird weiter gut dran verdient. Und deswegen sind die Bilanzdaten insgesamt für mich stimmig. Ganz genau. Die sehen durchaus weiterhin sehr, sehr positiv aus. Man sieht Wachstum eigentlich in allen Bereichen. Und ja, auch der Ausblick für die kommenden Jahre preist hier schon weitere Steigerungsraten ein. Und weiteres Wachstum. Da sieht es in der Tat jetzt nicht nach irgendeinem Einbruch oder Ähnlichem aus. Ja, damit bleibt die Aktie hoch bewertet. Vom KGV her eine 33,6. Es ist schon hochpreisig, aber es ist eben auch nicht irgendein Hersteller, sondern wenn man da die Marktkapitalisierung anlegt, ist es der größte Wert an der Wall Street. Aktuell 3,3 Billionen US-Dollar mit der Bewertung. Ja, Wahnsinn. Man hat es wieder auf Platz 1 geschafft. Man hat sich ja immer so ein Rennen geliefert, auch in den letzten Monaten mit einer Microsoft und auch mit einer Nvidia mittlerweile, die ja stark aufgeschlossen hat. Aber man kann sich jetzt wieder entsprechend hier auf Platz 1 behaupten. Ja, und die Kurse sind daher auch stabil gewesen, wenn der Nasdaq beispielsweise mal korrigiert. Also Year-to-Date liegt man gleich auf mit der Branche und gleich auf mit dem S&P 500. Ich würde fast sagen, da wird der Branchendurchschnitt definiert durch Apple. Ja, das kann man durchaus so sagen, dass da das Schwergewicht schlechthin natürlich eine starke Auswirkung auf die Indizes hat, sowohl den Nasdaq als auch den S&P 500. Und teilweise laufen die wirklich wie im Gleichschritt. Und das merkt man dann auch bei vielen ETFs, wo eben dieser Wert hochgegewichtet ist. Die Analysten sind weiter vollmundig, was die Aktie angeht. Also es gibt natürlich auch einige, die auf eine kleine Korrektur setzen. Aber die meisten sagen, kaufen, aufstocken oder halten und auf eine Korrektur setzen. Das ist halt die große Frage in diesem Trend, den wir uns jetzt mit dem FreeStocks-Tool genau anschauen. Ja, schauen wir uns die Aktie zunächst ja auch im langfristigen Bild im Wochenchart an. Und da sieht man eigentlich ja einen mustergültigen Aufwärtstrend entsprechend seit den Corona-Tiefs her entsprechend. Ja, eine Konsolidierung auf hohem Niveau im Jahr 2022. Und seitdem hat die Aktie wieder Fahrt aufgenommen entsprechend und auch neue Allzeithoos ausgebildet. Die Aktie hat ja lange gebraucht, um die 200-Dollar-Marke zu überwinden. Das ist letztendlich dann im Juni diesen Jahres gelungen und da gab es wirklich ordentliche Aufschläge. Die Aktie kam noch mal stark zurück hier entsprechend, als die Gesamtmärkte, muss man auch sagen, Anfang August korrigiert haben. Aber seit diese Ausbruchsniveaus, die 200-Dollar-Marke getestet worden ist, hat die Aktie wieder sehr, sehr stark performt, einen starken Aufwärtsimpuls hingelegt. Jetzt kam sie zuletzt noch mal etwas zurück und lag jetzt eigentlich vor der Keynote auf einem interessanten Niveau im Bereich von 220 Dollar. Das bildet auch eine wichtige Unterstützungslinie. Dort konnte man den gestrigen Tag auf Tagesschlusskursbasis auch darüber beenden. Aber man sieht, es gab jetzt nicht ein Kursfeuerwerk oder ähnliches nach den gestrigen Zahlen. Man hat leichte Zugewinne zu verzeichnen gehabt, aber insgesamt war es eher ein seitwärtsgerichteter Konsolidierungstag. Heute sehen die vorbörslichen Daten schon wieder eher negativ aus. Von daher muss man schauen, wo die Aktie dann heute auch den Tag beenden wird. Ich denke, wenn das wirklich unter 219 Dollar der Fall sein sollte, droht hier einfach eine weitere Korrektur. Die nächste wichtige Unterstützung liegt in Form des 100-Tage-Durchschnitts bei ca. 207 Dollar. Aktuell über 220 Dollar oder dann auch spätestens über 223 Dollar. Bei dem 50-Tage-Durchschnitt wäre der Weg aber wieder frei. Zunächst vielleicht hier zu den August-Hochs und dann perspektivisch natürlich auch wieder zu den Allzeithochs, die wir hier im Juli ausgebildet haben. Also das Chartbild sieht weiterhin positiv aus. Wird etwas neutraler, sollten wir hier unter 220 Dollar auf Tagesschlusskursbasis liegen. Aber dann die Aktie eher als neutral zu werden, aber insgesamt ist der Aufwärtstrend auf jeden Fall weiter intakt. Ja, auch als die Konferenz losging gestern, die Keynote, war die Aktie am Tagestief 216 Dollar, dann auf 221 wieder gestiegen, so geschlossen wie eröffnet. Also fast unverändert. Und im europäischen Handel, auch die Euro-Kurse geht mal gerne mit rein, 198 Euro. Also ganz leichtes Minus 0,4 Prozent. Da ist also noch gar nichts angebrannt durch die europäische Strafe. Nein, das auf keinen Fall. Wir werden die Aktie auch heute und in den kommenden Tagen weiter beobachten. Und ja, wenn es da vielleicht entsprechende Signale auch gibt, werden wir auch in den anderen Formaten darüber berichten. Sehr gerne. Ich freue mich drauf und werde jetzt erst mal was Neues bestellen hier. Danke für die Berichterstattung. Bis bald, Ronald Jägen. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.